Meine Brüste. Meine Brüste. Schwarz. Boah, das schlechte Video. Tofu. Ich glaube, was sind das? Ich ecke mich eigentlich gar nicht so leicht. Ich bin da eigentlich ziemlich, ziemlich, ich halte alles aus. Viele Festivals, tanzen, shaken, trinken, that's the plan. Und arbeiten. Ein unbekanntes Talent. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich alles. Ich bin ein Handwerker. Hund oder Katze? Hund. Eis oder Schokolade? Gar nichts von beiden. Instagram oder YouTube? Instagram. Foto oder Video? Video. Skiurlaub oder Strandurlaub? Strand. Dschungel oder Bergsee? Dschungel. Gummibären oder Chips? Chips. Samstag oder Sonntag? Samstag. Laut oder leise? Laut. Schnell oder langsam? Schnell. Früchte oder Obst? Gar nichts von beiden. Obst oder Gemüse? Gemüse. Gelb oder Blau? Blau. Ja oder nein? Ja. Du oder ich? Ich. Schwarz oder weiß? Schwarz. Spontan oder durchdacht? Spontan, ja. Witzig oder klug? Witzig. Schön oder schlau? Oh, beides. Spontan, ja. Ich kann nicht. Okay, äh, schlau. Reich oder schön? Schön. Europa oder Amerika? Ähm, Amerika. Australien oder Südamerika? Australien. Nadine oder Mayerhofer? Nadine.